Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft auf dem mein-sucht.net-Server Und ja, was könnte man denn machen, wenn man hier schon nicht mehr wirklich Spielmodi aufnehmen kann? Richtig, man schaut mal wie viele Ender-Chests man hat oder Daily-Chests und dann sieht man 802, das wäre doch super, wenn man die mal alle aufmachen könnte, bevor der Server schließen tut. Gut, ich habe 906.484 Coins. Ich werde das Ganze ja jetzt die ganzen Truhen mal öffnen. Ich habe schon lange nicht mehr eine Truhe geöffnet, das sind jetzt über zwei Jahre, die ich hier Chests gesammelt habe. Ich würde sagen, ich mache daraus eine Timelapse und dann schauen wir mal, wie viele Coins wir da nachhaben oder ob ich noch was bekomme als Gold Plus, was ich noch nicht habe. Ich würde sagen, wir machen eine Timelapse und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich würde sagen, wir machen eine Timelapse und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich würde sagen, wir machen eine Timelapse und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 So, mein Maus fährt halb verrückt. Ihr seht, ich habe keine Chests mehr. Mein Kontostand hat sich auch um etwa 2 Millionen addiert. Ja, ich habe, jetzt ist schon ein bisschen traurig, ich habe 800 Kisten aufgemacht. Und ich habe, soweit ich gesehen habe, kein einziges Mal den Gold dran gewonnen, den es ja immer noch zu gewinnen gibt. Und das ist echt ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Und ein bisschen enttäuschend. Aber naja, was soll's. Den brauche ich ja eh nicht mehr. Ah, 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 wie lustig. Naja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wie lange stand ich denn jetzt? Ich habe eine 16 Minuten Aufnahme. Das heißt, ich habe... Ja, kommt so hin. Ich habe fast 15 Minuten hier nur die Chests aufgemacht. Hier war auch kurz noch Redox dabei. Und irgendein anderer Typ. Und mein... Ja, hier, der Typ ist online. Was macht denn der gerade? Ach, der spielt noch FFAA. Hahaha, seine nicht existierenden Stats hier aufbessern. Na, werden wir den doch kurz mal zerstören. Komm her. Ha, ist getrackt, boi. So, mal sehen, ob... Oh, ja gut. Okay, wer hat euch zu viel gefallen? Lasst gerne eine positive Bewertung da an. Sonst sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao. Leute. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.